Hallo liebe Freunde des gepflegten Strategiespiels, ich bin der Gunstern und grüße euch zur zweiten Ausgabe der neuen Staffel von SimCity. Ähm, folgendes, ich werde heute leider nicht live diese Folge moderieren können. Ich habe sie aufgenommen und danach festgestellt, dass das Mikrofon nicht eingestöpselt war. Ja, dabei habe ich, glaube ich, das Erste, was ich gesagt habe, war, ich habe ein neues Mikrofon, ich probiere das jetzt mal aus, sagt mir Bescheid, ob ihr das gut findet oder nicht, ob ich mich gut anhöre und falls dem so ist, lasse ich das natürlich. Wenn ihr aber sagt, ne, man erkennt dich gar nicht mehr akustisch, dann ändere ich das. Hier schaue ich, wie es mit den Arbeitern aussieht und zwar haben wir 350 Arbeitslose in der mittleren Einkommensschicht und 175 Arbeitssuchende in der unteren Einkommensschicht und die Lösung des Problems ist ganz einfach, die Leute aus der unteren in die mittlere Einkommensschicht zu bringen. Ähm, das werden wir erreichen, indem wir hier irgendwo noch Parks bauen, das aber in alter Egonson-Manier vergessen. Ja, und wegen dem paar, äh, paarhundert Jobs in der mittleren Einkommensschicht sagt uns dieser Mann in dem gelben Bauhelm auch, dass was nicht stimmt. Das Handelsdepot ist übrigens, äh, fast voll, ähm, aber nicht ganz. Es wird jetzt gleich wieder ein bisschen runtergehen. Ähm, das ist so seltsam, die, äh, Folge nachzuvertonen, anstatt selbst live zu sprechen, da ich jetzt ja noch genau weiß, was alles passieren wird. Mwahaha, mir nicht. Ähm, genau, äh, das Mikrofon hört sich zwar gut an, hatte jetzt aber natürlich bei der Premiere gleich mal einen Riesennachteil. Ähm, von daher werde ich morgen auf jeden Fall nochmal eine Folge mit aufnehmen, auch live gerne, in der Hoffnung, dass das dann besser klappt. Äh, ich sehe eigentlich nicht, warum das nicht klappen sollte. Außer das, äh, Kabel fliegt wieder raus. Sorry dafür, aber, äh, das hält uns ja nicht davon ab, diese Stadt noch größer und besser zu bauen, als sie eh schon ist. Hier überlegen wir uns, ob wir das Kraftwerk jetzt schon ausbauen, entscheiden uns aber dafür, es noch nicht zu tun. Ähm, denn dem SimCity-Prinzip, äh, SimCity liegt ja ein Prinzip zugrunde, äh, Geld verdienst du damit, indem du keine öffentlichen Einrichtungen baust. Man baut und baut, also man weist aus, weist aus, weist aus, die Leute kommen, 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 zahlen, steuern und nach und nach schreien sie nach mehr. Ähm, und in genau diesem Sweet Spot sozusagen, zwischen, äh, die Leute sind da und haben aber keine öffentlichen Einrichtungen, da verdienst du dein Geld. Wenn du von vornherein alles, äh, mit öffentlichen Einrichtungen hier zu pflasterst, wirst du nur bezahlen und nur dem Geld hinterher sein, da das alles mehr kostet, als, äh, man am Einnehmen ist. Genau, ähm, die Leute sind unglücklich, weil es wenig Einkaufsmöglichkeiten gibt oder, nee, ah, hier wollen wir eine neue Straße, genau, hier die Straße, äh, wollen wir eine neue bauen und zwar wollen wir eine bauen, die für niemanden die Abkürzung ist. Wir gucken gerade, wer von, ähm, links oben vom Industriegebiet hier runter ins Wohngebiet will, der fährt die Hauptstraßen entlang und nicht diese Nebenstraßen. Denn diese Nebenstraßen sind dann für so gut wie keinen eine Abkürzung, außer den Leuten, die dort wohnen. Ähm, was aber, äh, jetzt wichtiger ist, ist erstmal diesen Brand zu löschen, der in der Stadt tobt und wenn wir, was mach ich denn da, ich komm wieder von, ich bleib nie bei einer Sache, das ist ja, ich weiß nicht, wie ihr euch das antun könnt, mir jeden Tag hier zuzugucken, das, ich bin ja total durcheinander, sag mal. Nee, es geht darum, ähm, bei der Feuerstation, als auch bei der, bei der, bei dem Polizeirevier, ähm, ist es ja so, wenn man sie baut, dann wird da so ein kleiner, äh, die, die Straße, an der sie gebaut wird, wird verändert. Und zwar gibt es da so einen kleinen Übergang, bei der Feuerstation jetzt nicht, wie wir feststellen, da ist er nicht, aber später bei der Polizeistation zeige ich das ja schön, da ist ein kleiner Übergang, äh, eine Wendemöglichkeit für die Leute dort. Und wenn du das auf eine riesen Hauptstraße machst, wo eh schon relativ viele Kreuzungen sind, dann ist das suboptimal. Deswegen haben wir uns entschieden, die Feuerstation hier an die Seitenhauptstraße zu machen, wenn es das Wort denn überhaupt gibt, dann, ähm, fahren die LKW-Trucks da raus, ohne den Verkehr zu sehr zu beeinflussen. Vor allem ist auf der Straße eh so wenig Verkehr, dass die Feuertrucks, Feuertrucks da, Huckizucki da sind. Und, äh, oben an der Eckerkreuzung haben sie auch die erste Wendemöglichkeit, von daher müssen sie ganz schnell überall bei den Bränden sein. So, ähm, was habe ich jetzt vor? Wahrscheinlich Gewerbegebiete rein sprengenkellen, denn es ist auf jeden Fall immer besser, Gewerbegebiete in die Wohngebiete reinzusprengenkellen, anstatt die Gewerbegebiete weit außerhalb zu bauen. So wie es ja, äh, in der Realität auch ist. Wobei die Gewerbegebiete hier in SimCity ja nicht nur, äh, Lagerhallen sind, sondern eben auch Shops, in denen ihre Sims, die Sims ihr Geld ausgeben. Und wir haben hier eben gesehen, ganz viele gibt es, die sagen, wo sind die Jobs hier, äh, wo kann man hier gut jobben? Hier gibt es keine Einkaufsmöglichkeiten. Da müsste ich doch jetzt eigentlich, ähm, mich drum kümmern. Stattdessen bewundere ich mal wieder abgerissene Häuser. Ach ja, da habe ich mich gefragt, wenn es denn doch zu verkaufen ist, das leerstehende Haus, warum sollen wir es dann abreißen? Es muss ja einfach nur neu bezogen werden. Ja, ein bisschen, äh, renoviert. Ich weiß nicht, ob das nicht sogar günstiger ist als Neubauen. Naja, aber andererseits kann ich mir vorstellen, dass die Leute lieber in einem Neubau wohnen, als in einem renovierten Haus. Solange das Haus nicht ein schöner Altbau ist aus der Gründerzeit, aber wenn das eh so, was ist, ein 70er Jahre verlassenes Gebäude ist, dann ist das ja eh egal. Hier, äh, auch ein ganz wichtiges Verkehrskonzept. Ja, nicht die, äh, also es ist eine Milchmädchenrechnung zu glauben, ach, wenn ich die Straßen hier nicht verbinde zu einer Kreuzung, dann beruhigt sich der Verkehr. Hier zeigen wir nämlich, wenn wir angenommen, wir bauen hier eine Straße, ja, und die Leute wollen vom Industriegebiet oben zu dem Wohngebiet in unten fahren, beziehungsweise an dieser Straße bauen wir Wohngebiete. Dann würden sie nämlich, äh, hier runterfahren, in die ersten freien Wohnungen, wie wir ja wissen, und die sind dann eben dort. Nach und nach füllen sie sich auf, und wenn sie dann voll sind, hast du da ganz viele Leute, die auf dieser Straße sind, alle wenden müssen, und hast trotzdem diesen Verkehrskollaps. Deswegen bringt es nichts, die Straßen eben, äh, in der Mitte einfach ein Stück abzureißen. Okay, ich glaube, in vielen Fällen ist es, äh, besser. Also, es ist nicht ideal. Es ist, denke ich mal, auf jeden Fall besser, als wenn die Straße wirklich durchgehend ist, und sie alle als Abkürzung benutzen, und alle eben als kürzeste Route benutzen. Ähm, dann ist es tatsächlich besser, wenn man ein Stück abreißt, aber nichtsdestotrotz ist die Straße immer noch total überlastet. Und hier ist der Feierabendverkehr, 18, 19 Uhr, und wir sehen, das Konzept funktioniert soweit. Gut, wir haben nur 7600 Einwohner im Moment, aber es ist schon mal nicht verkehrt, so wie das gerade läuft. Apropos Laufen, mein, äh, Abspielgerät hier ist gerade ein bisschen langsam. Ich frage mich, ob ich hier eine Pause machen soll. Ah, nö, wenn ich jetzt eine Pause mache, dann ist das, glaube ich, ähm, aufwendiger, als wenn ich das jetzt langsam angucke. Wobei, wenn das hier, nee, das, das läuft schon. Eine Klinik wird, äh, Bedarfe ist, wir haben nämlich 21 Tote pro Tag. Das ist nicht gut, und, äh, ja, unsere Stadt, wenn sie wachsen soll, muss da auf jeden Fall eine Klinik bekommen. Wir bauen sie hier hin, da ist zwar jetzt nicht ganz so viel Platz, aber irgendwann werden wir das wahrscheinlich eh durch ein großes Krankenhaus ersetzen können. So, ich hoffe mal, dass das dieses Mal funktioniert. Wenn ich nochmal anfangen muss, dann drehe ich hier durch. Wir bauen eine Polizeistation, denn die, mit Verbrechern ist nicht gut Kirchen essen. Hier sehen wir auch, hier ist dieser kleine Übergang, von dem ich vorhin erzählt habe. Die, äh, der Übergang dient dazu, dass die Polizeiautos eben nicht die Allee erst hochfahren müssen, wenden und wieder zurückfahren müssen, sondern direkt vor dem Polizeirevier hier ein- und ausfahren können, in beide Richtungen. Wir starten die Polizeistation noch mit ein paar Streifenwagen aus. Gefängniszellen brauchen wir nicht. Ich glaube, wir haben eh nur zwei Verbrecher in der Stadt. Da sind zehn Gefängniszellen schon sehr overpowered. Ähm, der nächste Punkt, um den wir uns in unserer Stadt kümmern müssen, die immer noch Wehen heißt, wobei wir später dann gerne auch, äh, über Städtenamen uns unterhalten können. Machen wir auch, habe ich ja on-screen gemacht und, äh, bewegt mich da nicht mehr von daher. Äh, also macht da nicht mehr viel, außer eben eure Städtenamen zu würdigen. Ähm, schauen wir mal, wie es mit dem Shoppingangebot in dieser Stadt aussieht. Die, den Leuten hier geht es gut. Hier unten sagen sie aber, was ist mit dem Shoppingangebot? Obwohl sie es viel näher haben zu den Läden, als die Leute, die dort drüben wohnen. Ähm, da auch die Blogs sich beschweren, was denn mit dem Shoppingangebot wäre, machen wir da kurzer, kurzen Prozess und schmeißen sie aus ihren Wohnungen raus, planieren ihre Häuser vor ihren Augen. Da muss die Oma außen, äh, die noch im Dachgeschoss wohnt, muss ins Altersheim, weil wir hier Konsumtempel brauchen. Das ist natürlich für eine Stadt viel wichtiger, tolle Einkaufsmöglichkeiten zu haben, als Leute mit einer Geschichte zu haben. Das ist klar, weißt du. Von daher machen wir hier noch ein paar Gewerbegebiete. Und es ist auch, äh, hat sich so erwiesen, dass es immer besser ist, die Gewerbegebiete in die Wohngebiete reinzusprenkeln, hier und da, weil die Sims eben nicht gerne zum Einkaufen fahren. Ähm, wobei der andere Punkt natürlich ist, wenn sie die Möglichkeit haben, von der Arbeit nach Hause fahren, noch einkaufen zu gehen, dann machen sie das, glaube ich, auch. Dann geben sie ihre Simoleons aus, die sie gerade verdient haben und sind dem dann auch glücklich. Aber es hat sich doch oft gezeigt, dass die Gewerbegebiete in den Wohngebieten immer zu einem Boom geführt haben. Wir haben gerade noch eine Müllhalde gebaut, die wir auch ruhig dort oben bauen können, in unserem Viereck, in unserem Rechteck, für die öffentlichen Einrichtungen. Und der Wind zieht eh in die richtige Richtung, sodass da keiner gestört wird, außer weitere Industriegebiete. Und da fällt mir gerade auf, dass ich da später nicht mehr dran denke und einen Fehler mache. Aber, äh, schön, dass ich mich mal selbst beim Spielen zuschaue und dieselben Hände über den Kopf zusammenschlagen kann, wie ihr es tut. Okay, die Stadt erstickt im Müll. Deswegen entscheiden wir uns dafür, noch mehr Müllwagen zu nehmen und auch gleich die Verbrennungsanlage dazu, damit hier keine Müllhalde, keine große entsteht, die dann die ganze Stadt voll stinkt. Weiter geht's. Ach ja, jetzt, die Müllhalde steht tatsächlich blöd, fällt mir gerade auf. Ja gut, aber sie steht eben da, wo sie eigentlich hin muss, laut Konzept. Denn, ähm, wir werden ja später noch, äh, jetzt rechts auf der rechten Seite Wohngebiete erschaffen und die fühlen sich dann dadurch ja auch auf jeden Fall belästigt. Hier mache ich einen kleinen Cut, um zu gucken, wie, um, äh, den, um das Fenster aufzurufen. Heieiei, das wird ein Spaß, das später zusammenzuschneiden. So, ähm, wir haben das Fenster auf, äh, und kümmern uns in der Stadt noch um, kümmer, kümmer ich mich noch um was? Ah, die Straßen sind schräg. Ja, das bitte ich zu entschuldigen. Das liegt daran, dass eben diese Eingangsstraße von außerhalb früher ein Bogen war und ich das zu einem Viereck, zu einem, ähm, ja, kein Bogen mehr gemacht habe, sondern schön hier zu einem Eck zu einem Kreuzungssystem. Aber jetzt ist natürlich alles schief, weil dieser Bogen nie gerade war. Und, ja, ich, mein ästhetisches Herz blutet auch. Also, ihr seid da nicht allein. Ich kann mir erst vorstellen, die Stadt nochmal komplett neu zu gründen ähm, und alles offscreen nochmal so nachzubauen, aber mit geraten Straßen, weil das dann doch jedes Mal so ein unkutes Gefühl ist, wenn man sich die Stadt anguckt. Aber andererseits wäre es auch ein bisschen over the top, das jetzt nochmal komplett neu zu machen. Wenn wir aber eine große Stadt haben wollen, dann bleibt uns, glaube ich, nichts anderes übrig. Apropos große Stadt, ich möchte eins klarstellen. Ja, ich möchte ja, ich möchte ja mal eins klarstellen. Ähm, Ziel dieses, dieser Staffel, wird es nicht sein, äh, vier Städte zu haben mit einer Million Einwohner oder so, sondern Ziel dieses, äh, Let's Plays, dieser Staffel wird es sein. Hier entdecke ich Bäume übrigens. Schön, dass man Bäume, äh, setzen kann, im Parkmenü und auch sehr zahlreich und, äh, groß. Das gefällt mir. Wie viel kostet das eigentlich? Jetzt kann ich mich mal drauf achten. Oh, schon ein paar tausend. Naja, aber dafür ist die Stadt schöner. Ziel dieser Staffel ist es, ähm, das müssen wir noch schauen, welches Großprojekt wir da in Angriff nehmen, aber wir wollen auf jeden Fall das Großprojekt fertig bekommen. Ähm, letztes Mal war ich ja ganz begeistert von der Idee, einen Weltraumbahnhof zu bauen. Hab dann aber eingesehen, das wird denn so nichts mehr, weil CW großes Industriegebiet zum Beispiel schon dem Ende nahe war und, ähm, Las Vegas auch zwar okay ist, aber auch nicht dorthin, also da ist irgendwie auch mit den Rohstoffen, da hätte ich nochmal alles neu machen müssen und so weiter und so fort. Das machen wir hier besser. Ähm, Wien, beziehungsweise die Namen der Stadt, die wir jetzt erst finden, wird keine Rohstoffstadt werden. Vielleicht, vielleicht, vielleicht ist oben ein bisschen was, gucken wir mal, dass wir da irgendwie noch was aufbauen, aber nur, wenn es nicht anders geht in den anderen Städten. Genau, also Ziel dieser Staffel ist es eben, das Großprojekt schön fertigzustellen, dass wir dort drauf hinarbeiten und eben nicht überall die größte Stadt ever possible zu bekommen. Genau. Dann gehen wir mal in eure Namensvorschläge rein. Tuldentier meint, wie wäre es mit Operapidium, vom lateinischen Wörtern Operarius, was Arbeiter bedeutet, und Opidium, was Stadt bedeutet. Da ist die Zeile abgeschnitten, aber es wäre dann eben auch wieder Arbeiterstadt. Viele von euch haben eben Arbeitsstättenamen vorgeschlagen, aber mein Problem damit ist so ein bisschen, wir haben keine Aufträge, wir müssen zumachen und wir gucken in die Details und sehen ganz, ganz viele nicht besetzte Jobs. Was tun wir da? Wir bauen ein neues Wohngebiet. Wohngebiet. Genau, aber zurück zu den Städtenamen. Arbeiterstädte mit Arbeiterstädtenamen zu geben, das finde ich irgendwie, ne, weiß nicht. Also wenn ich jetzt Arbeiter bin und dann in einer Stadt lebe, die mich jeden Tag darauf hinweist, dass ich ja Arbeiter bin und da nicht mehr rauskomme, also was ich nicht mehr rauskomme, aber dass die Stadt nur darauf ausgelegt ist, dass ich arbeite, finde ich das ein bisschen trostlos. Da hätte ich gerne lieber einen Städtenamen wie zum Beispiel Begonienheim. Da sind Blumen, dort wohnt man gern, dort ist es schön, weißt du? So was. Wir bleiben unserem Konzept treu, machen in die mittlere Hauptstraße keine Kreuzung rein und hier oben, oh, Viererkreuzung. Warum ich hier Viererkreuzung mache, da habe ich nicht aufgepasst. Das müsste ich eigentlich auf jeden Fall das nächste Mal ändern. Oh, 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 oh. Viererkreuzungen wollten wir ja keine einzige hier haben, aber da war ich dann wieder zu voreilig. Hier mache ich alles voller Industrie, bis mir einfällt, dass das ja too much ist, ja, und dann machen wir dort lieber noch ein paar Wohn- und Gewerbegebiete hin, was hiermit auch geschieht, denn wir brauchen ja Einwohner, wir brauchen ja Arbeiter und gar nicht noch mehr Fabriken. Und, ja, ich glaube, jemand hat einen Kommentar geschrieben, er hat eine 200.000-Einwohner-Stadt mit vier Fabriken oder so. Wobei ich mir nicht vorstellen kann, dass das wirklich reicht. Ich gehe davon aus, dass viele rauspendeln. Und die Fabriken sind ja auch, ja, man braucht ja auch eine Vielfalt, so ein bisschen, vom Technologie-Level her, damit auch gebildete Simpsorting können und so weiter und so fort. Also nur vier Fabriken finde ich ein bisschen wenig. Da lieber mehr offene Stellen sind besser als jede Menge Arbeitslose, denke ich mal. Und, ja, eigentlich schön, ne, wie Simpsity funktioniert. Man muss einfach nur Industriebieter ausweisen und zack hat man viel zu viele offene Jobs. Da träumt jede Stadt von, zu viele Jobs zu haben und keine Arbeiter. Hier werden wir noch das ein oder andere Gewerbegebiet in die Wohngebiete reinsprenkeln, denn so wird das ja nichts. Und das machen wir auch. Während Offline-Markus das jetzt mal macht, wende ich mich weiteren Namensvorschlägen. Marcel Kohnen, Mainz, St. Egonsburg, Egonsweiler, Egonsberg und Egonstal. Burgweiler, Bergtal. Sehr schöne Namen. Schöne deutsche Namen, die alle mir auch gefallen, weil Egon drin vorkommt. Und das Problem ist aber, ich finde sie nicht so, da fehlt mir das Flair ein bisschen. Da fehlt mir der Witz, da fehlt mir die Schüsp. Von daher danke Marcel für die Vorschläge. Aber, ja, wie gesagt, die sind ja nicht so funky irgendwie. Herr Werner meint Egons Sonnenufer. Egons Sonnenufer ist schön wegen Egons Sonnen, aber da ist auch so, hm, no. Dr. Grunge wird südamerikanisch und schlägt vor, dass wir die Stadt Buenos Arbaitos nennen, Sao Arbaitos, Egon de Janeiro oder Egonsheim. Genau, Buenos Aires, Sao Arbaitos, Egon de Janeiro, Egonsheim. Auch schön, aber da ist dasselbe Problem wie mit Operapidium. Es zeigt den Einwohnern jeden Tag, dass sie in einer Arbeiterstadt sind und nicht in einer schönen Stadt. Von daher bin ich da jetzt nicht so Fan von. Auch Egonsheim, alles, ja, so, hm. Und Dr. Grunge muss, kann es sein, dass du großer Südamerika-Fan bist. Seitdem ich Tropico 4 spiele, bin ich ja auch dem Südamerikanischen sehr zugeneigt. Aber hier in SimCity, da gibt ja leider nicht das Brasilien-Stadt-Set mit den Favelas, ha, 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 ha. Und im Fußballstadion. Von daher ist das noch nicht so ganz angekommen. Wir bauen unser Stromwerk aus, unser Stromwerk, unser Elektrizitätswerk, unsere Windkraftanlage mit einer großen Windturbine, die ja aufgrund des vielen Windes hier wunderbar funktioniert, etwas Wasser dazu. Da gehen wir zukunftssicher nach vorne, um da auch alle Möglichkeiten abzudecken. Da ist auch wieder das Ding, lieber bei so günstigen Sachen wie eben Windrädern und Wassertürmen vorarbeiten, als da später das Wasser fehlt. Wenn wir dann groß genug sind, bauen wir auch eine Kläranlage in das Regierungsviertel, nenne ich das mal. Und da können wir auch gerne mit einer Pumpstation, genau, Pumpstation, Kläranlagen, Kombi unendlich viel Wasser produzieren. Ähm, was geht mir jetzt durch den Kopf? Wahrscheinlich schließe ich gerade Namensvorschläge durch. Oder? Ja. Geht mal, machen wir das so einfach. Ähm, The Kai, mein, wie wäre es mit Egonworks oder Egonworks, da ist ja auch eine Arbeiterstadt sein soll. Danke Kai für den Vorschlag, aber auch hier gilt, äh, ich bin kein Fan von, von Arbeiterstadtnamen. Ihr könnt gerne, äh, heute nochmal Vorschläge machen, ähm, denn die Hälfte eurer Vorschläge beziehen sich ja irgendwie auf Arbeitsstätte. Und da ich jetzt, äh, nicht vorher geklärt habe, dass ich da nicht so fern von bin, habt ihr heute die Möglichkeit, gerne nochmal Vorschläge zu machen, bevor wir die Stadt benennen. Die Klinik muss ausgebaut werden, Business as usual, da gibt es nichts, was es nicht gibt. Der wahre Budi meint Kogido Egon Summ, nach dem Original Kogido Ergo Summ, ich denke, also bin ich. Ich liebe dieses Wortspiel, ich liebe es. Kogido Egon Summ. Ähm, ja, bin ich großer Fan von, aber als Stadtnamen leider nicht. Vor allem auch, äh, weil das den Flow des Let's Plays, glaube ich, sehr stören wird, weil ich jedes Mal, wenn ich sage, jetzt geht man auch Kogido, äh, äh, Egon Summ, jedes Mal stocken werde, wenn ich den, äh, den Stadtnamen sagen will. Von daher brauche ich einen, der leicht von der Zunge geht. Aber, danke für diesen Vorschlag. Als World LP, Markus Platz. Markus Platz ist auch ein schöner Name, äh, wie gesagt, ist für die Leute, die neu dazugekommen sind, das noch nicht wissen. Im, äh, richtigen Leben heiße ich Markus, da mache ich kein Geheimnis draus. Ähm, ja, aber bei Markus Platz ist das Ding, wenn es, äh, Egon Sonn Platz jetzt wäre, Egon Sonn Platz würde ich auch nicht nehmen, aber Egon Sonn Platz wäre, dann ist das ja von wegen, ähm, der Platz von dem Let's Player Egon Sonn, der hier das Let's Play von SimCity macht. Das ginge dann. Markus Platz finde ich ein bisschen zu, äh, egozentrisch. Meiner Meinung nach. Markus City ist auch ein schöner Name, Johannes Reitz. Ähm, danke dafür, aber das ist dasselbe, da, äh, ist dasselbe Problem wie mit Markus Platz. So, egozentrisch bin ich nicht. Was heißt egozentrisch? Egozentrisch ist so negativ besetzt. Igoman. Hehe, nee, auch nicht. The Nick. Was mache ich hier eigentlich? Ich pränkele ein paar Gewerbegebiete rein und habe hier oben, ah, das Konzept hier oben. Jetzt seht ihr das mit der Kläranlage, das fällt mir nämlich gar nicht auf, erst jetzt, wo ich es selbst sehe und es ist die Folge fertig. Was? Heidernei, jetzt habe ich mich aber sowas von verquatscht. Ähm, das gibt es nicht. Bei all dem, äh, Quatschen habe ich, äh, tatsächlich die Zeit der Folge nicht im Auge gehabt und, äh, muss jetzt hier nochmal neu aufnehmen, um auch alle Namensvorschläge, die ich jetzt hier wieder nicht sehe, aah, kommst du her, ähm, auch durchzugehen. Ich drehe hier gleich durch. Es ist, glaube ich, das vierte oder fünfte Mal, dass jetzt was schief geht in dieser Folge. Es gibt es doch nicht. Jetzt habe ich nicht aufgenommen. Ich habe alles gemacht und nicht aufgenommen. Okay, kurz. Was habe ich gemacht? Äh, während ich eigentlich nur Namen vorlesen wollte, haben sich folgende Probleme ergeben. Mir haben das Rathaus dann doch erweitert, um, äh, die, um welche Abteilungen? Ich weiß schon gar nicht mehr. Um die Versorgungsabteilung und um die, um die, um die, um die, um die, um die, um die Versorgungsabteilung und die Sicherheitsabteilung. Genau, denn das Nächste, was wir machen, sind auf jeden Fall große Feuerwehren und große Polizeireviere. Dank, dann haben wir hier ein großes Windrad noch gebaut, weil der Strom knapp wurde und, äh, eine Abwasserlösung, die Kläranlage, hier hingestellt. Eigentlich hätte es ja hier hingehört, ich weiß, aber, ähm, hier oben erschien sie mir einfach besser. Vor allem die Kläranlage braucht ja auch keine, äh, schickt ja auch keine Autos raus, die dann irgendwie noch was machen müssen. Hier haben wir unser Abwasser, Abwasserintro abgerissen und, ah, gut ist. So, jetzt aber. Ich werde nichts mehr machen, außer den Namen vorlesen. Sorry, falls ich ein bisschen gestresst wirke, aber ich bin's auch. So, Nick, Strategon, Strategonia, Strategonien. Optimal auch mit Neu oder New, weil es ja in einer Staffel mit neuer Strategie ist. Danke für die Vorschläge, da gefällt mir, Strategonia oder Strategonien. Sehr gut. Kommt in die engere Auswahl. Ich hab's mir aufgeschrieben. Ich denke mal, dass ich eine der vier Städte auf jeden Fall Strategonien so nennen werde. Ähm, dann geht's weiter. Hier kommt lange nichts, nichts, nichts. Babys, 1988, meint Erfordia. Ich weiß nicht, äh, was du mit Erfordia meinst, wo da der, wo da der Namenswitz ist. Ähm, ich komm nicht drauf. Äh, schreib doch mal bitte, wo, oder ist es gar keiner? Ist es ein, ein Name, da nur der Phonetik wegen vorgeschlagen wurde? Ähm, dann, 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 muss ich jetzt noch mal raus, ach, ich hoffe, das klappt, so wie ich mir das vorstelle. Ich hätte es doch im Window, im Fenstermodus laufen lassen sollen. Aber ich gehe natürlich auf Nummer sicher. Jetzt, jetzt kackt das Spiel ab, klar, jetzt kackt das Spiel ab, natürlich. Oh, Mann, 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 Neurauter, Neurauter 36, meint, Egonsburg wäre ein cooler Name für die Stadt. Ähm, ja, wie gesagt, Egonsburg ist so ein schöner deutscher Name, aber da ist es, äh, wie mit Egons Tal auch, zum Beispiel so, ähm, dass mir das Flair fehlt. Pell Kartoffel, komm gleich mit mehreren Vorschlägen um die Ecke, Egons Beck, Egons Kirchen, Egon Andersson, Egon, am Sonnen, am Sonnensee, auch alles schöne Namen, die, ähm, also, es geht noch weiter, Egonington, Egonsund und Egonium, hoffe, dir gefällt was davon. Habe ich das jetzt schon aufgenommen oder nicht? Ich habe es schon dreimal aufgenommen, deswegen bin ich mir jetzt nicht sicher, ob ich schon mal aufgenommen habe oder nicht. Aber Egonium ist auf jeden Fall ein sehr schöner Name, der hört sich nach Atomium an, nach Wissenschaft, nach Fortschritt. Da wollen die Leute hin, da wollen die Leute studieren, da wollen die Leute arbeiten. Egonium kommt auch in die engere Auswahl für eine der vier Städte. So, danke Pell Kartoffel dafür. Ähm, Daniel Kröne hat auch ganz viele Vorschläge. Äh, Regon City, Degonien, Egon Town, Legostria, New Egostria, Fegonsia, Montregonien, Bergon, Baris Egoner, Egoranien, Egon Tropolis. Danke für all, all, all die vielen Vorschläge, aber da ist jetzt auf die Schnelle keiner dabei, der mir, wo mir so von ins Auge springt. Ich gucke mir das aber in aller Ruhe nochmal durch. Da habe ich jetzt keinen Kopf mehr dazu. Man verzeihe es mir, ich bin nämlich kurz davor, hier aus dem, aus dem ersten Stock zu springen. Back to the Streets 3 meint Egonfurt, in Anlehnung an Frankfurt. Auch ein schöner Name. Ich weiß nicht, ob ihr alle Frankfurt kennt von außerhalb. Frankfurt, das ist so ein kleines Vorstädtchen von Mainz. Hahaha. Nee, ja, die Finanzmetropole Frankfurt mit dem größten Flughafen in ganz Deutschland. Oh, da unten fährt der Zug über die Brücke. Schön. Auch schön, aber da wir hier keine Finanzmetropole bauen werden, ist das und auch keine Gewerbegebietsmetropole, Gewerbegebietsmetropole, keine Hochhausmetropole. Gut, Hochhäuser kommen eh, aber aus anderen Gründen. Ja, lassen wir das. Wir werden in der nächsten Folge auf jeden Fall das Industriegebiet verkleinern und wahrscheinlich vielleicht hier nur so, weißt du, ja, und auch die Viererkreuzung hier weg, da war ich unachtsam, aber heute ist auch ein Tag, da ist Eier. Wenn der jetzt so schon beginnt, dann mag ich gar nicht wissen, wie der weitergeht. Ich bedanke mich für's Zuschauen und freue mich darauf, euch morgen hoffentlich mit einer Folge begrüßen zu dürfen, die locker flockig mir von der Hand geht. Danke für's Zuschauen, bis dann, ciao.